Herzlich Willkommen zu Isos Was-Schenke-ich-Blues-Tipps Episode 4. Ja, jetzt wo Corona vorbei ist, ich mein, alle haben Grippe und so, aber scheiß drauf, gehen mir natürlich wie die Wahnsinnigen wieder auf Konzerte und hau mich blau, hilft leider nur den Großen momentan, weil da gehen alle hin. Und deswegen mein Vorschlag, macht mal einen Theatergutschein bei einem von den kleinen Theatern. Ich kann das natürlich jetzt nur so für Frankfurter schon, aber zum Beispiel immer wieder geil sind die Landungssprüngen. Ja, da spielt zum Beispiel das Ensemble von Kortmann und Konsorten, gibt's noch andere. Oder wenn ihr lieber ein bisschen Zooticker haben wollt, dann wäre zum Beispiel die dramatische Bühne ganz fett. Oder so handfest hier Michi Herrl und Co. das Stahlburg-Theater. Hey, macht was draus! In diesem Sinne, wie seh's, tschüss und nervenbehalten!